Apropos Befruchtung, wie nervig ist es eigentlich so, dass so alle immer denken, dass du und Luke mal ein Paar wart oder dass er so ein Paar währt? Wie nervig das ist? Also wie oft hast du mit ihm gestlafen? Jetzt hast du mich eben in der Maske schon gefragt.